Zu Beginn, wenn man eben nicht trainiert, kann man vielleicht 20 Kilo heben. Aber wenn man jahrelang trainiert, kann man vielleicht das zweifache, dreifache, vierfache, fünffache. Genauso mit der Ausdauer. Schaut euch mal diese Profisportler an. Die können teilweise fünf Stunden am Stück laufen. Andere können das nicht mehr fünf Minuten. Die haben an sich gearbeitet. Das ist eine vergleichsweise sehr starke Kraft, die sich da angeeignet haben. Aber im materiellen Sinn. Genauso kann man auch seinen eigenen Charakter, seine eigene Seele stärken. Es gibt einen Sport, ein Training für die Seele. In erster Linie ist es, diese Seele zu bekämpfen. Das, was sie möchte, ihr nicht zu geben, wenn es nicht vernünftig ist. So, also diese Fußstapfen, das, was der Schaitan in eurem Leben hinterlassen hat, sagt der Gesandte Gottes zu den Gläubigen, Das sorgt dafür, dass ihr nicht diesen spirituellen Zustand beibehalten könnt. Und jetzt, das müssen wir machen. Hier muss man analysieren, wo hat der Schaitan in meinem Leben Spuren hinterlassen? Ich werde ihm einige Sachen sagen, die auf mich zutreffen. Und zwar, man muss sich das selbst hinterfragen. Zum Beispiel in meinem Reden, habe ich vielleicht eine spitze Zunge, eine bisschen zu mir, rede ich auf so eine Art und Weise, dass Leute von mir genervt werden, Leute von mir ein bisschen verletzt werden. Auch wenn ich das nicht so meine, aber habe ich es mir angewöhnt, so zu reden? Zum Beispiel, wenn ich etwas sage und jemand hätte mich nicht richtig zu, dann sage ich das nochmal, dann hätte er mir nicht richtig zu. Dann würde man schon, hör doch mal zu, Junge, was ist los mit dir? Bin ich so einer? Dann sagt er, mach da nichts. Okay, tut mir leid, ja, ich habe dich vielleicht in dem Leben, aber wieso denn so aggressiv sozusagen? Da weiß ich, Schaitan hat bei mir in dieser Sache einen Vorstritten hinterlassen. Den muss ich beseitigen, den muss ich identifizieren und daran arbeiten, das zu beseitigen. Wer bist du, dass du einem anderen Gläubigen mit einer lauten Stimme begegnen kannst? Woher weißt du nicht, dass dieser Mensch ein Gläubiger ist? Glaubst du, diejenigen, die jeden Tag zu ihm an der Zeit gehen, hinter ihm beten und wieder zurückkommen, die sagen es dir offenkundig? Glaubst du, die Gläubigen hier unter uns, die vielleicht auch in der Nacht Dinge verrichten, von denen keiner weiß, da steht auf der Stille, hallo, ich bin ein nahestehender Gott, das ist nein, im Gegenteil. Die teilweise versuchen, die das zu verstecken. Von daher muss man aufpassen, dass man nicht das Herz eines nahestehenden Allahs verletzt. Das ist sehr, sehr gefährlich. Oder man redet zu viel. Man redet immer schlecht. Man ist gewohnt, das Gute nicht zu nennen, immer nur das Schlechte. Nein, redet man über das Gute. Hast du gesehen, was da passiert ist? MashaAllah. Alhamdulillah. Komm, heute, dieses Jahr war das Programm richtig gut. Lass mal zum Vorstand gehen, den wir mal sagen. Wer, wie oft hätte das? Komm, ich muss das mal dem Vorstand sagen. Das geht hier gar nicht. Hundert Leute machen das. Ich muss mal dem das Bescheid sagen. Wie viele Menschen sind es, die sagen, heute will ich mal zu dir und gehen und sagen, Bruder, das, was du machst, ist top, mach weiter so. Das machen die wenigstens. Schaitan hat dir einen Fußstab hinterlassen. Er hat es dir beigemacht, er hat dich daran gewöhnt, immer nur das Schlechte zu sehen. Andere Beispiele, die auf mich zu treffen, also ich, das sind jetzt nicht, es gibt hunderte Beispiele. Ich messe mich immer und dann, wie jeder sagt, Inshallah, Inshallah, habt ihr nicht davon getroffen. Vielleicht ist das ein bisschen die Art und Weise, wie man läuft, die Art und Weise, wie man auch, wir brauchen auch nur die eigenen, die Blicke. Kann niemand sagen, gerade in Scheichner, okay, die Art und Weise, wie man läuft, das ist doch nicht so schlimm. Der Koran spricht darüber. Aber die Diener Gottes sind Leute, die ruhig und demütig auf die Erde laufen. Niemand, der so läuft, als wäre er der größte, der beste Mensch auf der Welt. Das ist schon auch ganz. Das schadet der Religion. Ja, guck dir diese Mann an, wie die laufen, wie die sind. Nein, man muss bescheiden laufen, man muss ruhig laufen, man muss, man darf nicht so immer auf die Leute so schauen, wie man sagt. Da muss man aufpassen. Wie hat man es sich angewöhnt, wenn man im nicht konzentrierten Zustand ist, wie blickt man? Wie schaut man auf die Leute? Ist man immer am Lächel einfach und da immer, wenn wir hier nachts im Gewicht kommen, ja, sehr viele haben automatisch schon ein Lächeln im Gesicht, Mascha Allah, das ist sehr, sehr schön und wichtig und bringt sehr viel positive Energie. Ich kann euch das sagen, einige Menschen kommen zur Moschee, kurz bevor die Brei und davor sind, zusammenzubrechen. Und dann kommen die zur Moschee, nein, dieses Lächeln, dann bringt es den Bruder, Mascha Allah, schön, dich wieder hier zu sehen, gibt den Menschen wieder Hoffnung fürs Leben. Das sollte man nicht unterschätzen. Diejenigen, die vielleicht zwei, drei Mal, Sallahu ala muhammadu ala muhammadu ala muhammadu ala muhammadu. So, ich gehe nur noch das Inhaltsverzeichnis durch. Sehr schön, sehr gut, das ist eine absolute Demonstration der Wahrhaftigkeit der Religion. Meine Schwester in diesen Ländern es schafft, ihr Hijab zu tragen. Das muss man loben, das muss man pushen. Der Bruder, der eine Schwester hat, man muss immer wieder motivieren, das zu machen und sie dafür loben. Das ist nicht selbstverständlich. Das wird auch immer schwerer. Da muss man aufpassen. Vielleicht sieht man noch die Ärmel, vielleicht sieht man ein bisschen von den Haaren, vielleicht schmilzt man sich. Das sind Sachen, die sorgen dafür, dass das Herz wieder geschwächt wird, steinig wird, hart wird und man verliert seine Spiritualität. Und das ist schade. Wenn man schon das Kopftuch trägt, dann richtig, man hat schon 99%, dann sollte man auch die 100% haben. Vielleicht, da sollten diejenigen, die schon arbeiten, gut zu hören, ist das Einkommen ein bisschen unrein. Vielleicht sind da ein bisschen problematische Sachen im Einkommen. Rums, das wisst ihr alle, Rums muss man zahlen. Rums ist eines der gefährlichsten Sünden, die man haben kann. Wenn man also Geld am Ende des Jahres übrig hat und man zahlt nicht 20% an den Marja, nicht spenden, nicht steuern, Nein, das muss in die Hand des Imams gehen, weil der Imam nicht da ist, muss es in die Hand der Marja gehen. Wenn man das nicht macht, dann hat man Geld von einem anderen Menschen mit in seinem Geld vermischt. Und er ist nicht damit zufrieden, dass man das ausgibt und verwendet. Auch wenn es nur 100 Euro sind. Die Miete, die du zahlst, das Haus, in dem du lebst, die Kleidung, die du gekauft hast, alles, was du hast, ist problematisch. Alles. Damit kannst du auch nicht mehr beten. Deswegen muss man aufpassen, wenn man das noch nie gemacht hat, Alhamdulillah, hier haben wir die Möglichkeiten. Geht, lass uns berechnet, macht einmal einen Reset. Und ab jetzt, jedes Jahr, die meisten haben ja am Ende des Jahres nichts. Deswegen gibt es nicht viel zu befürchten, aber aufpassen. Manchmal ist es wirklich nur 50 Euro, die da im Besitz sind, die gegeben werden müssen. Erst dann wird das eigene Geld auch wirklich wachsen, weil es dann endlich gesegnet wird. Und, ja, da eine wichtige Sache, wenn man jemandem Geld geliehen hat, und man hat die Möglichkeit, das Geld zurückzuzahlen, und man zahlt das nicht schnell zurück, weil man denkt, man sieht, okay, der hat ja letztendlich gegeben. Schämt sich aber, das anzusprechen, da muss man aufpassen. Das ist gefährlich, damit wir das Geld auch wieder Probleme haben. Also, da muss man aufpassen, dass das Einkommen in Shandar auch rein ist. Und die letzte Sache, und dann werde ich auch den Vortrag beenden, und zwar, wenn man Familienmitglieder hat, jemanden nicht besucht, da muss man aufpassen. Wartet nicht, bis euer Onkel, euer Repante, euer Vater euch sagt, hey, ich hab dich vermisst, kommt zu mir. Nein, man muss automatisch hingehen. Vor allem, wenn man eine Schwester hat. Die Schwester, vor allem, wenn man geheiratet hat, und dann auseinandergegangen ist, und die Schwester wohnt in einer anderen Stadt, da muss man aufpassen. Kümmert euch immer um eure Schwester, und die Schwester kümmert euch um euren Bruder. Vor allem, wenn eure Eltern nicht mehr da sind. Vor allem, wenn ihr mit dieser Schwester vieles zusammen durchgemacht habt. Leider ist die Zeit vorbei für die Trauer, für die Trauerresituation. Inschallah mögen wir von Herrn Muhammad die Prophetien mit einem Segen, mit dem Segen eines Salawats von Muhammad und Adi Muhammad. Amen. 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 Es ist egal, wie bei diesen Gesprächen und Ärzten. Ich hoffe, alle von uns und euch, von Abiyabdillah, zu sagen, dass wir die Auslösung der Auslösung der Auslösung von Abiyabdallah, in der Auslösung der Auslösung, Herr Hussain, inshallah, wurde mit dem Herrn Hussain gegründet. Und wir sind alle mit den Zahmen der Eltern und Mäderinnen und Mäderinnen. Ich zeige euch den ersten Mal, und jeden Mal, die Mäder und Mäderinnen und Mäder haben, die Mäderin und Mäderinnen und Mäderinnen und Mäderinnen und Mäderinnen und Mäderinnen und Mäderinnen. Es gibt allen dass er mit dem Gelegenheiten an. Amen, um alle eure Eltern zu und alle Eltern zuerstören. Ich sage Ihnen allen die Ehren und die Eltern zuerstören. Ich sage Ihnen einen Geheimnis. Heilter Allah und M Kämpfer und Heilungsmann und Heilungsmann. Amen. 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 A swip. Bosh shurruu mikunak. Megata Bismillahi wa billahi wa Fii sabiil Allah wa ala min Nasıl ki rasulillah. A swip shura wa in jamaul nahe bune. Bismillahi wa billahi. Every shi az mahali khuda haast. Jabannan kishani ki bi shuma ye epiraz mikunak. Shuma az abal faaz El-hajad mikuayin. Nek ki kofte mo az abal faaz El-hajad mikuayin. Wir haben die Wahrheit und die Wahrheit und die Wahrheit und die Wahrheit. Aber ihr seid ein Verzweig. Herr Jesus hat die Hälfte aus dem Kopf gesetzt. Er hat sich auf die Hälfte gesetzt und hat sich auf die Hälfte gesetzt. Herr Jesus, dass er sich nicht mehr zu tun hat. Er hat sich nicht mehr zu tun. Alles aus Allah, Allah und Allah. Er hat sich in der Bibel und in der Bibel und in der Bibel und in der Bibel. Und in der Gavidie der Tatluag, Rabbi Abdullah, was er sagt, dass er die Gelegenheit ist. Und das ist Gott. Und er ist eine Erlösung für dich. Hussain, hierher kommt, er ist eine Erlösung für dich. Und die Erlösung für dich. Das Wort, Rabbi Abdullah, ist eine Erlösung für dich. Er ist eine Erlösung für dich. Er ist eine Erlösung für dich. der überall Probleme und keine Probleme. Es sagt, dass er Gott mit dem einen Schweren zu tun ist. Er sagt, dass er die Erlspf. Diese Erlspf sind die Erlspf. Er sagt, dass er die Erlspf. Er sagt, dass er die Erlspf. Er sagt, dass er die Erlspf an, und die Erlösung für die Erlösung und die Erlösung für die Erlösung. Die Menschen die sich im Gegenstand auf dem eigenen Versuch und die Menschen die Menschen zum Beispiel die Menschen die in Teheran aus dem Koffer sind. Sie sagen, wir haben einen Jahr gebraten, einen Jahr zu einem Jahr, und Jesus zu einem. Aber sie werden die göttliche Gesellschaft nicht. Die Bibel ist die Bibelstunde und die Bibelstunde. Die Bibelstunde ist, die Koran und die Islam und die Bibelstunde mit dem Gott und der Bibelstunde haben sie ein Schiffe angebliches Kind und ein Schiffe. Ich würde sagen, dass sich auch ein Mensch anbelangenehmend unternehmen. Aber es ist wahrscheinlich auch ein Mensch anbelangenehmend. die Bibelangenehmend wurde aus dem Gott nicht. Er wurde mit Gott aus dem Bibelangenehmend. Der Bibelangene ist es schon gesagt, Er sagt, ihr Taft! Das ist die Bibelangenehmend. Er sagt, die Bibelangenehmend. und man nicht schulden, man schulden. Nun, ich habe es nicht zu verletzt, weil ihr nicht zu verletzen, aber ihr habt nicht zu verletzten. Das ist ein Buch, man kann mich zu verletzen, Sie haben es nicht zu verletzt. Einer hat das, was es zu verletzend, ist es gut, dass es zwei merteile wird. Und ich habe es nicht zu verletzten, ich habe es nicht zu verletzten, Ich bin ein paar Jahre alt und ich bin ein paar Jahre alt und ich bin ein paar Jahre alt. Wenn du Menschen sagst, dass du und deine Mutter einen Gott geben soll, dann sehen wir das Wort Koran. Mein Gott, also wenn du Gott nachher bist, dann sagst du und deine Mutter einen Gott. In dieser Sprache, du sagst, »Kalasubhahnak« Die Frau von Jesus sagt, »Subhahnak« Wenn du das so sagen, dann sagst du, »Subhahnakallah«, 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 »Subhahnakallah«. »«Subhahnak critical«, »Subhahnakallah«. und diese Dinge, die Gott sind. Es ist wichtig, dass wenn Gott diese Dinge nicht mehr verhältst, Menschen, die Menschen, die sich im Leben verhältst. Sie sagt, ich bin Gott. Das ist die Antwort, dass ich das Wort nicht erwähnt. Wir müssen uns beachten, dass die Menschen die Gott sind. Und dann kommt es zu Gott. Okay. Was ist die Situation? Das heißt, ich bin Kulabay hat gesagt, der Junge kam und sagte, Herr, Sie wollen Sie von Abiyabdollah kommen? Herr, ich sage, Sie sagen, Sie sagen, Sie sagen, die Arabischen Aussagen, Sie sagen, Sie sagen, Sie sagen, Sie sagen, Sie sagen, Sie sagen, das ist das ist das das ist das 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 Okay. So, in dieser Bibliothek, ich sage, dass der Herr Präsident, der Herr Präsident, der Herr Präsident, der Herr Präsident, der Herr Präsident hat. Dann sage ich, bitte, 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 bitte. Wenn du nicht auf deine Beziehung hast, und deine Beziehung hast, Er ist in Sariq Zeit lang 61 in Abiyabullah hat gesagt, ich habe einen Nassar und ich habe einen Geist. 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 Seit 1385 Jahren nach 1385 Jahren über Nassam Nour Hussain. 1385 Jahre alt Er hat sich die Karmelhaut. Der Herr Herr wie Sie sagen, nach 1385 Jahren was er? Ich habe einen Geist. Aber ich habe einen Geist. 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 Mein Geist. Ich habe einen Geist. Ich habe einen Geist. Aber er ist ja auch immer für die Abwelle. Aber wer hat sich der Eimah Hussain liebte, hat er sich über die Eimah Hussain genutzt. In einem der Eimah Hussain, der Eimah Hussain, das ist nicht der Eimah, sondern der Eimah Hussain. Das ist ein Eimah. Mein Herr Hohr ist der Eimah Hussain. Er hat sich sehr viel auf den Eimahen. Er hat sich sehr gut mit dem Eimahen. Er hat sich immer wieder darauf gehalten. mussten auch ein paar Gespräche. Aber er kommt, für die Omer der Opfer kommt, aber sagen wir, die Omer der Opfer, dass er einer der Omer der Omer ist, die Omer der Opfer zu machen. Er fiel, die Omer ermeeft zu Ende, um zu Ende die Omer der Opfer zu erste. Amirul-Mohmannin kam, er hat sich gesagt, dass wir hier ein Job haben, dass wir mit uns waren, dass wir hier ein Job haben, er hat sich die Handel gesagt, »Kult und Liebe, und Allah, und ich bin mir für meine Liebe.« Ich bin sehr gut, ich habe einen Job. Amirul-Mohmannin nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich bin mir auch für Sie. Er sagt, dass du dir meine Liebe und das sagt, am ihr ? Aber wenn du wenn du dir Aleyk verhastst, dann ist das ob es dir. O, der Kaiser, der Herr Präsident, die Aleyk somethingen checke dir, O, der Herr Präsident, der Herr Präsident, mit dem Herrn Hans-Einstein, mit dem your해주her�, mit dem Herrn Präsidenten, der Herr Präsidenten, immer was mich zum Adämen, im kumpt saha deken EG Rast Mie Nchon Makubi Hussain Rauf Dost Darai, Wolle Dero Dost Daraiy, wolle Dero Dost Daraiy, Abiyabdallah Yen, Chie Yen, Oon, Chie Hussain Mie Khaie Amal Kone EG Mohabat Abiyabdallah Amirul Ahumwani EG Rast Mie EG Rast Mie Ma Cikar Mie Konem Le Trani Fisala Sate Mawaten Wenn ich meine Lieblings-Ali habe, dann kann ich mir sehen, kann ich mir sehen. 3. 1. 1. 7. 7. 8. 10. 10. 11. 13. 14. 15. 17. 21. 21. 22. 23. 24. Riyan Ibn Schabieb Her jahannam Hussain und Jeraan Ibn Schabieb Ja Leitani Kuntum Maakum Fahfuz und Fahfuzan Abimah Eikash Krabla Ich bin bei diesem Mokam Shohadet. Her jahannam Quatilin Abiyabdillah Juhidiy La ne Allah quatilin Ya Abiyabdillah Qidaerm Bini Eikinar 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 Eikina Deld JUST DOROME Ha Sen Gwestaden Eikinar Eikina Eikinar Em Eikinar 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 Me Eikinar Ich habe meine Liebe, Hussain. Ich habe meine Liebe, Hussain. Ich habe meine Liebe, Hussain. Ich habe meine Liebe, bei jedem Zeitpunkt, Ich habe meine Lieblingsverteid aus. Ich habe mit allen Zeitgegenhaut geschlossen. Ich habe meine Lieblingsverteid in jeder Zeit, ich habe meine Lieblingsverteid. Ich habe meine Lieblingsverteid. Ich habe ihn mit allen Körpers. Ich habe meine Lieblingsverteid. 1,385 Jahre später, ich habe dir, Hussain, mit meinem Leben und mit dem Gehreit. Gehreit mit dem Gehreit? Das Gehreit ist das Gehreit, das Gehreit, das Gehreit der Abiyyab-Gelah-Meshnehe, aber nicht in diese Gehreit hat. Ich möchte mich an, dass ein Mensch kommt, Herr Präsident, Herr Präsident, Herr Präsident, Herr Präsident, Herr Präsident, Herr Präsident, Herr Präsident! Oh man, er ist das? Musik 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 Musik